Mein Name ist Philipp Th. aus Aarhaus und ich bin Schuhhändler seit 2014. Am meisten Spaß macht mir an meinem Job eigentlich die Vielseitigkeit. Also sowohl dieser Kontakt mit unseren Kunden und gerade auch mit den Stammkunden natürlich, als natürlich auch die betriebswirtschaftliche Seite und diese analytische Seite, die der Beruf natürlich mit sich bringt. Wir sind als klassischer Vollsortimenter unterwegs. Das heißt, wir bieten Herren, Damen als auch Kinderschuhe an.